Willkommen zu einem neuen Video des Teilekanals. Nun, ich werde ein kurzes Video machen, das ich sehr interessant finde. Sie haben uns einen Seat Toledo 1800 mit Einspritzung gebracht, aber das Problem mit diesem Auto ist bei den meisten Fahrzeugen zu finden. Das Problem mit diesem Auto ist, dass es im Kalten Zustand perfekt startet. Sie fahren und nach 20 Minuten geht der Motor aus. Sie versuchen zu starten und es springt nicht an, aber wenn Sie 10 Minuten warten, lässt es Sie starten. Aber Sie halten 15 bis 20 Minuten gefahren und es bleibt wieder stehen und so weiter, dann hat er es gestern in die Werkstatt gebracht und uns das Problem erklärt. Man kann das Diagnosegerät nicht auf diesen Seat Toledo stellen, weil das OBD zerstört ist, aber wir schon ich habe Ihnen gesagt, dass das Problem mit ziemlicher Sicherheit von diesem Teil her rührt, denn wir haben es oft gesehen, es ist der Kurbelwellen-Positionssensor. Beachten Sie, dass dies außerdem derjenige ist, der drei Stifte im Stecker hat. Dies nutzt den Hall-Effekt, zur Messung von Magnetfeldern, die Sound ist, die durch elektrischen Strom ein elektromagnetisches Feld erzeugt und auf diese Weise neben einem Zahnrad, das mit der Kurbelwelle gekoppelt ist. Jederzeit die Position der Kurbelwelle kennt, beginnt normalerweise dieser Teil beim Aufheizen ausfallen, weil es Dinnungen unterstützt. Und diese Dinnungen seinen Betrieb beeinträchtigen und ist der EQ nicht die Position der Kurbelwelle anzeigt und dann, um den Motor zu schützen, was es tut, ist, den Motor sofort abzustellen. Aber wie gesagt, dann warten Sie 10 Minuten und Sie können den Motor neu starten, und dui. Gesagt, es tut es kontinuierlich, also wenn Sie dieses Problem haben, sage ich Ihnen, dass das Problem mit ziemlicher Sicherheit normalerweise von diesem Teil kommt. Okay nun, hier lasse ich dir dieses kurze Video. Wenn es für dich nützlich war, dann vergiss nicht, ein Like zu geben und den Kanal zu abonnieren. Amen.